Hallo und Willkommen bei Minecraft mit Zaelo! Hallo! Wink mal! Ähm... Geht das was trinken? Nein, das zählt nicht. Ähm, wir haben glaube ich den perfekten Platz zum anfangen. Siehst du irgendwo einen Baum? Ne, nur Unmenge von Gras und einem riesen Pool. Aber wir könnten die Schafe töten. Wir bleiben sowieso nicht hier. Wir brauchen Wolle. Stirbkartoffel. Also auf dem Grund ist es nichts. Mist, Maus springt schon wieder. Hör auf, du springt, du dummer Maus. Die springt irgendwie nur, wenn man ganz viel links klickt. Zaelo hol dir den Zucker. Das heißt, du musst eigentlich nur mit Rechtsklick das ausgleichen und dann springen sie nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob es dann weniger ist. Den Zucker können wir aber ganz mitnehmen, weil wir ja eh wahrscheinlich weggehen werden. Hör auf zu sehen. Ne, ich hab nicht gesehen. Ah. Ah. Komm mal her. Ich brauchte eine epische Untermalung zum Rennen, während ich auf den Zucker zurend. Siehst du mich? Ja, ich sehe einen Hoppelbunny im Gebüsch. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Ich höre Skelette und das ist gar nicht gut. Guck mal. Wo bist du? Hier im Wasser. Hinter dir. Da ist ein Loch. Das führt zu einer Hülle. Du musst runter schwimmen und dann ein bisschen links oder rechts schwimmen und dann reißt sich die Strömung weg. Guck nach oben. Mhm. Bist du noch da? Ja. Ja. Ah, ich sehe den Namen. Durch den Bodenschimmer. So. In was für eine Richtung schlagen wir denn, äh, so. Schlagen wir denn auf? In was für eine Richtung ziehen wir denn los? Hm? Hör auf mich auszulachen, sag was. Ähm. Moment. Ich würde sagen, da lang. Ich will da unten bleiben. Hm? Oder nicht? Oh, da ist Eisen. Und Lava, glaube ich. Oh. 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 Ich fahre mir jetzt ja nicht runter. Moment, Eisenerz? Kohle? Zaelo ist Geologe. Der überprüft das immer ganz genau. Irgendwas helles? Ja, ich glaube da hinten ist Lava. Ja, ich sehe sie sogar. Lava. So. Hier sind Kühe. Wo? Ich bin da den Berg hochgegangen. Welche? Den Jügel da hinter dir. Achso. Den Jügel. Genau. Und da sind Kühe. Aber immer noch keine Bäume. Muuu. Ah, da sind Bäume. Muuu. 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 Ich fange schon wieder an Kühe zu schlachten. Lava hier. Der typische Meikracht Überlebensinstink. Lass uns, lass uns alle Kühe hier schlachten, damit wir gleich... Puh. Maus. Maus. Wo bist du? Ist ja Wahnsinn Kühe so schnell. Ist klar, du hast das Fleisch. Ich habe Zucker. Zucker ist böse. Ich habe auch Zucker. Ich habe ihn sogar in der Hand. Ich verdrisch die Kühe mit Zucker. Ich mit Samen. Hehehe. Iiiiiiii. Also falls irgendeine Ex-Verschutz-Organisation das hier mitbekommt. Hm. Da hinten ist ein Urwald. Rettete Kühe. Wow, pass auf, da ist wieder ein Loch. Voll der Urwald, ein Baum. So, es wird gemacht. Doch ein paar mehr, ne? Lass uns schnell ein paar... Weiß ich nicht. Wo willst du denn hin? Willst du jetzt... Ja, was machen wir? Sagen wir es mal so. Suchen wir jetzt wieder ewig lange einen geeigneten Punkt. Hm. Oder bauen wir einfach mal hier was. So für die Zuschauer ist es ja... Ne, für die Zuschauer ist es eigentlich interessant, wenn wir jetzt die ganze Zeit ohne Behausung und ohne sicheren Schutz irgendwo durchkämpfen. Oh ja, die typische Dämmerungsphase, wo man überhaupt nichts mehr sieht. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen heller gestimmt. Aber das ist auch gut so, weil durch YouTube wird es noch ein bisschen dunkler. Und damit die Leute auch was sehen. So. Ja, sollen wir was zu... Oh, fuck. Hier ist es schon wieder was. Ich glaube, wir müssen Richtung Urwald gehen. Hier kommt nichts mehr. Wo bist denn du jetzt? Ich gehe immer voraus und dann drehe ich mich um und öh, ich bin allein. Bist du noch da? Nein. Wo bist denn du? Ich bin gerade am Strand Richtung Ur... Äh, jetzt wollte ich Urlaub sagen. Urwald. Hm, ich bin hinter dir. Ja, ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwo so richtiges Festland kommt. Oder ob wir hier irgendwie auf so einer länglich gezogenen Insel sind. Ich gehe mal einfach links die Küste entlang. Oh Gott, hier sind Schweine. Wir müssen jetzt einfach unendlich weiterlaufen. Irgendwann wird irgendwas Festes kreiert. Irgendwas Festes kreiert. Ein Festland. Oh, fuck. Ich hungere. Äh... So bist du sicher? Oh. Skelett. Ich lege mich mit allen möglichen Monstern an. Bis auf Skelette und Endermans. Natürlich auch Lieben gern mit Creepern. Er bettelt sie förmlich an, ihn in die Luft zu jagen. Klaro. Sind ihn nur Creeper. Aua. Blödes Schwein. Das Kamouflage steht hinter nem Baum. Ich sehe jetzt schon, dass wir ihn später nicht mehr wiederfinden. Ich höre eine Spinne. Okay, Spinnen. Au, au, au. Geh weg. Stirb Spinne. Ich habe gerade eben Level 1 erreicht und habe nochmal Zucker gefunden. Ich höre auf zu backen. Ich höre eine Federmaus. Das ist aber gar nicht cool. Warum Fledermäuse sind harmlos? Ich sehe eine Spinne. Ich sehe zwei Spinnen. Aua. Hä? Au, fuck. Ich muss was essen. Ja, das hatte ich vorher auch schon. Ich sehe ein Skelett. Das gefällt mir nicht. Ich habe schon wieder Hunger. Da ist schon wieder Strand. Ich fühle mich total verarscht. Wo, Zombie, wo? Hä? Wo bist du? Bist du Straß? Willst du Straß? Da bist du. Ich schlag dich jetzt mit Kuhfleisch. Mit Kuh? Nee. Ich habe nicht schweb. Vorredner. Es ist durch die Momente. Und letzterそんな Schale. Aaaaah! Ich bin zufrieden. Ich würde es nicht so ab. Ich bedanke mich. Du kannst die Momente ein. Oh! Ich bin zufrieden. Halt den Hammer! Oh no! Ich bin zufrieden! Bist du den Hammer? Ja! dass bei mir gerade ein Auto vorbeigefahren ist. Weißt du, was uncool ist? Oh fuck, das ist auch uncool. Mich greift gerade eine Spille an und ich greife mit einer Spitzhacke. Und ich habe sie getötet. Ich habe gerade ganz, ganz, ganz knapp überlegt. Und ich muss jetzt glaube ich das ganze rohe Rinderfleisch essen, weil ich sonst verhungere. Also sonst sterbe. Na super, ich habe gerade gedacht, ich grabe hier Stein ab. Dabei ist das Kieße. Ja, wo bist du? Ich bin irgendwo am Strand und versuche hier gerade einen Ofen zu machen. Ah, ich habe Stein gefunden. Ja, wir haben glaube ich, wir haben vor 10 Minuten angefangen, glaube ich, so ungefähr. Und wir haben noch überhaupt nichts Sinnvolles zusammengebracht, außer dass unser Inventar mit allen möglichen Krams voll gestopft ist. Ne, ich habe schon einen Crafting Table. Ja, und wo bist du? Äh, irgendwo am Strand. Das ist toll, hier ist überall Strand. Also was die Minecraft wirklich mal einfüllen sollten, wäre ein Navi. Es gibt Karten. Ja, aber so ein richtiges Navi, wo es dann wirklich heißt, äh, bitte biegen sie rechts ab. Ah ja. Ihr Team befindet sich auf der rechten Seite. Wie hast du das vorher gemeint, so von wegen Festland kommt eh? Irgendwann, wenn... Was zur Hölle ist das für ein Stein? Das war gerade irgendein festerer Stein, wenn ich ihn nicht mal mit der Spitzhacke will. Das blöd ist jetzt. Ich glaube, das ist Eisenerz. Ich sehe es in der Dunkelheit nicht. Hm. Aber ich glaube, Eisenerz mit Holzhacke funktioniert nicht ganz. Da wäre, glaube ich, eher die Hacke hin. Das ist ein Skelett. Böse Skelett. Erfolg, wen anders. Such Zaelo, das ist viel interessanter. Nee. Oh, Creeper. Du, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Ähm, okay. Ich habe Holz, ich habe Sandstein, ich habe Rennfleisch. Ich habe gleich was zu essen. Da ist ein Baumselzling. Baumselzling. Da hinten ist kein Monster. Nein. Ah, ich habe das. Ich habe schon, dass du da dazu bist, aber das sind nur Kühe. Ah, ich habe wieder voll im Magen. Ja, ich habe einen Fliegenpilz gefunden. Darf ich denn essen? Stehe, Zombie. Stehe. Äh, nee. Baum abbauen lieber nicht mit Spitzhacke. Das ist mir die Spitzhacke zu schade. Ah, ich habe zumindest einen Fluss gefunden. Das heißt, es müsste... Oh, fuck, Skelett. Es müsste in eine Richtung dann doch irgendwann zum Festland gehen. Jetzt ist nur die Frage, wo bist du eigentlich? Ich bin nicht sonderlich viel weitergegangen. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Oh, oh, oh. Oh, 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 Enderman. Nicht angucken. Schlimmste, was man machen kann. Ein Enderman in die Augen gucken. Noch dazu in die Augen zoomen. Schlicht. Du musst dir das so vorstellen. Erinnern, wenn es nur ein liebvolles Essen und sobald du ihn dann mit so Klubschraugen anstarrst, dann wird dir halt mal aggressiv. Ach, das ist alles Sandstein. Das ist gar kein Stein. Also, ich habe zumindest mal das Festland ein bisschen gefunden. Jetzt ist nur die Frage, wo bist du? Ich komme gleich nach. Ich muss nur noch schnell mein Fleisch fertig verraten und noch einigermaßen mir ein Steinschwert kraften und dann gehe ich weiter. Jetzt wird wieder Tag. Oder wahrscheinlich auch ein Sandsteinschwert, so wie es jetzt aussieht. Naja. Ich verstecke mich hier auf der Spitze des Baums. Koordinaten sind 217, 663. 383, 475. 383. Das ist ganz mal so weit weg. 83. Das heißt, die Richtung und in diese Richtung. Hä? Hast du gesagt, 380 oder 83? 83. 83? Ja. Moment. Ich habe ein Stein zu wenig. Ist mein Fleisch jetzt fertig? Ich hole den auch wieder mit. Gut. Den Ofen. Ach so, die Seite wieder. Den Ofen. den Crafting-Termin nehme ich mit. So. Äh. Moment. Wo bist du bei... Jetzt bin ich 150, 660. 150, das ist die Richtung. 660 ist... Das ist ein Strand neben dem Urwald, wo man richtig schön weit entlang sehen kann. 660 ist in die Richtung... Beach. Und... Ich bin auf dem Weg. Moment. Ich nehme das Eisen doch mit. Jetzt habe ich eine Steinspitzhack. Die dürfte für Eisen genügen. Hoffe ich mal. Ähm. Ja. Gut. Hm. Wir haben in der Folge wirklich absolut gar nichts Nennenswertes erreicht. So als Titel... Ja, was hast du gemacht? Ich habe einen Ofen gebaut. Ich habe ein Crafting-Termin gebaut. Ich habe mir ein Schwert gemacht. Eine Spitzhacke. Habe gegessen und... Äh. Und ich fahre alles. Und ich fahre alles auch. Habe mich auf dem Baum versteckt. Und habe achtmal rohes Rinderfleisch gegessen, damit ich nicht sterbe. Dann hast du wahrscheinlich noch die Lebensmittelvergiftung bekommen, dass du jetzt erst... Nee, komischerweise bekommt man die nur bei rohen Hühnerfleisch. Bei rohem Rinderfleisch bekommt man nichts. So, und wo bist du jetzt? Ich bin jetzt bei 153, 525. 500. Ich renne mal weiter in die Richtung Z. Da ist Kakaobohne. Ich muss Kakaobohne mitnehmen. Das heißt, du müsstest in diese Richtung sein. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch gerade ausgehen und laub direkt an dir vorbei. Kakaobohne! Also die Kakaobohne, die ich gesehen habe, waren alle noch unreis. Also ich habe gerade zwei Rahmensamen rausbekommen. Ja, ich wollte erst Rahmensamen sagen. Ähm, Skelett in der Höhle. Schießt auf mich. Cheetah-Skelett, es ist Tag. Ich sehe dich. Vorsicht, vor dir Höhle. Skelett in der Höhle. Spinne in der Höhle. Ah, krass. Super. Au. Die Spinne hält aber ganz schön was aus. Nein, du hast die Spinne getötet. Spring runter, steht da unter dem Fels. Genau jetzt unter dir. Mach ihn alle, ich lenke ihn ab. Ähm, er hat einen Freund. Ich finde die dutzend Pfeile lustig, die jetzt in der Luft schwenken. Ja komm, wir müssen in die Richtung, da kommt irgendwann Festland. Da kommt irgendwann Festland, du bist gut. Ja, es heißt ja mag, wie weit ich schon gerammt bin da. Du hast einen Pfeil in der Hand. ja und ich wollte halt mitnehmen lassen nicht ich wollte der steckt aber eher im oberschenkel aus dem lauf ich mit der blumen in der hand rum ja klar power so siehst du da hinten kommt jetzt festland das ist eine wiese da hinten kommen zum wie fleisch hast du mich gerade geschlagen nein das war nur ein klaps auf den hinterkopf hast du mich gerade geschlagen nein das war nur ein klaps mit dem schwert auf den hinterkopf ich bin dafür dass wir hier irgendwo unser lager machen weil da ganz 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 viele kühe sind ja ach so das sind ja okay es sind braune schafe ne das sind teilweise kühe ich will hier rein moment muss kühe kloppen komm herr kuh ich habe ein schwert ich bin dir überlegen ja ich will hier die basis machen in dieses felsloch das ist ein schaf das ist ein schaf da ist eine kuh die kuh versteckt sich unter den schafen was für eine gerissene kuh aber irgendwie ach da hinten kommen bäume ich wollte gerade sagen das sind schon wieder absolut gar keine bäume hier tschuldigung schaust das war keine absicht da ist noch eine kuh ja aber ich glaube hier wird sein hier machen wir dann die basis wo bist du ich bin auf der anderen seite von dem von der stelle wo du die kühe geschlagen hast was der durch das tunnelloch da im berg gehe einfach den berg hoch der dann ja ich sehe ich guck nach hinter dir rechts von dir du stehst direkt mit dem rücken zu mir siehst du mich und hier will ich glaube ich meine basis machen so ein kleines hübschen ist etwas am horizont ist ja kaum zu übersehen ja schon oder sagst du auch kuh oder meine lieb nicht mehr warum muss ich der kuh eigentlich hinterher springen der hoppel bunny skin hast du zufällig drei holz für mich ne ich habe nur noch sechs moment gut jetzt bekommst du keins das war ne spaß oder 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 ich mache mir eine auf das pinsel okay so das heißt du stellst jetzt hier irgendwo dein crafting table hin so ihr habt mein kühe einfach mit dem schwert um sich schlagen moment crafting table ofen rohfleisch in ofen kein holz vorhanden nr 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 was genau machst du schon mal für später für um für den weizen was anbauen das heißt ich gehe jetzt wahrscheinlich holz sammeln dafür brauche ich ja das wärs dann für diese folge schon wieder falls es euch gefallen hat obwohl wir natürlich absolut gar nix gemacht haben außer eigentlich rumlaufen und nicht mal so komische peinliches miseries hatten wie sonst immer dass wir irgendwo runterfallen also schon aber nicht so kritisch moment moment und jetzt nur für sie du musst schon wo gehst du hin also ich wusste ich muss den berg erst zurecht formeln aber nicht dass du jetzt stirbst okay gut dann hätten wir das falls ihr lust habt wir sehen uns in der nächsten folge wir werden uns hier ein kleines gemütliches zuhause einrichten hast du das huhn jetzt getötet dass die hühner wir brauchen die eier wir brauchen die eier okay ich esse es wieder mir wird schlecht davon moment diesmal nicht naja wir sehen uns dann in der nächsten folge